Herzlich Willkommen die dritte Begegnung dabei die dritte match wie schaun man da aus love park hat einen punkt stimmt das nein stimmt nicht vier punkte ja der überraschungs erste ist hier fanyard mit 9 lokomotiv mit 5 und dann kommt dort mit 4 dann haben wir 3 3 3 2 ja Na gut, gehen wir mal an. Gehen wir mal an. Der Ajax. Oh, schön. Oh, schade. Oh, gefährlich, sofort, ja. Irgendwie unruhig gespielt. Und du kannst das Geräusche von Otto Arno so gefundet, bis das ist unruhig eigentlich. Oh, schön. Was ist das jetzt komisch? Okay. Was ist das jetzt? Zum Beispiel von Formel 1, ich konnte das Update nicht machen, weil ich keinen Speicherplatz hatte. Ich habe aber so viel. Ja, das habe ich auch schon immer gehabt. Und jetzt geht mein COD Update nicht, weil ich keinen Speicherplatz habe. Ich habe aber schon ein ganzes Spiel gelöscht. Ja, so ist mir aber auch gegangen. Bei irgendein andern aber. Und COD war die Update hatte so komisch, so ein Pflaster. So. Vielleicht tut dir was weh. Pfff. 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 Pnu. Pfff. 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 Das gibt es ja nicht, ja. Nein. Das ist doch persönlich. Das ist aber Glück, Alter. Glück, Alter. Das war gelb bei einem Verletzten, glaube ich. Bitte? Er sagt Glück, zwei gelberen Verletzten. Und wir haben gehört von Glück. Er liegt noch vorbei. Er holt sich einen neuen Ball. Okay. Wir wechseln gleich aus. Na, geht schon. Okay. Hätte ich dir gekönnt. Weiter. Boah. Welche Legende ist das? Liegt man. Oh. Er spielt heute wieder stark, Tadic. Oder? Kann man machen. Wenn man Eier hat. Kudela. Was, wenn ich sonst noch ein Gelbbelastete? Nein. Ich muss sagen, ich habe zwei Gelben und dann verletze. Ich habe zwei Gelbbelastete. Alter. Erste Chance. Und drinnen ist er, das ist unglaublich. Ja, Baba Ajax. Na wirklich, sowas kotzt mich an, ich spiele Sachen schön heraus, mache Chancen, du machst da wirklich eine zwingende und das geht rein. Danke. Schon ein passender Gegner? Weiter. Was? Uh, der war billig. Alter. Stoch, 2-0. Fick dich doch, Goalie. Der war billig, leider. Ajax hat gut gespielt, gut mitgespielt, aber jetzt da. Nichts? Na, das war nicht. Was? Da. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, die Kuschen. Hallo, Adri. Gar nichts. Erstes Match. Wir machen auch immer wieder F1 jetzt. Kannst du dir auch gerne zuschauen. Machen wir ein bisschen Werbung gleich. Alter, lass doch weiterspielen. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Das war der eingewechselte Was meinst du, Adrit, der im Mod sein? Oh, stark Was ist das? Ja, sorry, sowas suchen wir eigentlich nicht Router Karte tut schon Fanatrovic ist nicht wirklich ins Spiel gekommen Bleibt aber trotzdem noch Schauen wir mal die Werte an Ja, aber trotzdem ein gutes Spiel Oh, schön Oh, Gott sei Dank Schade Oh, Gott sei Dank Das war so dicke Tag, aber da war ein Touch Football Das kann ich auch Oh, straff in den Passraum Äh, pass in den Strafraum Oh, der hat er schon Der hat er schon, glaube ich Ich warte jetzt auf mein Gelbe Aber da kommt nicht Aber da kommt nicht Das wäre wie das Gelbe Taxi Ja, was tun wir da jetzt? Schade Schade 2 Oh, der ist jetzt hart Der Ex-Ajax Spieler kommt da Vielleicht macht er das Grautfett Blunzenfett Wie ein Radiergummi Ja, probieren wir es mal so Oh Scheiße 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 Alter Geht sich aus? Geht sich? Nicht Oh ja Boah, so stark Oh Boah! Guter Trick Zu leichter Nutzt dann Tempo, Bursche Bursche Oah Fuuuck Oida Nein Geh, lass weiter spielen Das ist wirklich so, jede Berührung ist da unfall und antinsfrei Das war's. Das war's. Ich hab' das schon mal in den Müller. So was. Das war's. Oh. nein was ist jetzt wieder man oder was für was denn weil das läuft es läuft nicht oder da war ich ja gar nicht mehr dort oder das war frustvoll ohne guter pass stark sowas erwarte ich mir vom anführungsspielern sowas wieder nicht nein scheiß ich dachte ich kann das abseits das war knapp ich habe mir gedacht die einzigen ich kann da jetzt rausrennen aber der war schon hinten was packen wir da noch burschen da geht jetzt sicher noch etwas her ich habe noch drei gelbe röder läuft ihm Das war's. geschehen aus welches mal wieder zu spät oder eine fehlt noch dann für spieler und ich habe jetzt geschwitzt weil der ball zu schießen kann man ihn vorbeizuhauen bleibt ajax doch erst klasik quasi alle nach vor so quasi so der hafi schießt auf jeden fall mit spielburschen stark das war überhaupt das war jetzt richtig schön gespielt ja wieder mal unfilmig dass man das nicht machen kann oder da hätte man einen vollen punkterfolg gebraucht jetzt trotzdem geiles match aber sehr bitter für ajax wäre wäre wieder unvermögen mal wieder na gut nun kommen wir zu den nächsten gam um keine andere als leo gegen batzen oder und du müsstest auf ja drücken ui das ist wirklich das ist wirklich richtig Vielen Dank.